How To – Online-Verkaufsberatung bei Autohaus Nix Das ist Tom. Er möchte gerne ein neues Auto kaufen und sucht deshalb nach einem passenden Angebot. Da die Verkaufsräume im Autohaus aktuell geschlossen sein müssen, kann Tom sein Wunschfahrzeug nicht vor Ort anschauen. Autohaus Nix macht Online-Verkaufsberatung mit Videochat möglich. Tom ist begeistert. Hier findet Tom eine erstklassige Online-Verkaufsberatung von zu Hause aus. Er kann über Smartphone oder Tablet mit dem Verkäufer im Autohaus sprechen. Hierbei kann er sich alle gewünschten Details des Fahrzeugs ganz einfach per Videochat zeigen lassen. Tom ist zufrieden. Dank der Online-Verkaufsberatung von Autohaus Nix muss Tom das Haus nicht verlassen und bekommt sein Angebot direkt per Mail vom Verkäufer nach Hause geschickt. Kontaktiere uns jetzt online und finde das Auto deiner Träume bei Autohaus Nix. Das funktioniert natürlich in all unseren Toyota-Filialen, im Lexus-Forum Frankfurt und Darmstadt und bei Volkswagen-Nutzfahrzeuge in Belchtersbach. Wir freuen uns auf eure Videoanrufe. Euer Team vom Autohaus Nix. wir sehen uns auf eure Videoanrufe. Vielen Dank.